Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Eins, zwei, der Spätzle-Mann kommt vorbei. Drei, vier, alles viel zu teuer hier. Fünf, sechs, ups, ein Sösle-Klecks. Sieben, acht, schlaf nicht ein bei Nacht. Neun und zehn, du wirst den Tag ab jetzt als Schwabe sehen. Tja, wer kennt sie nicht? Kinderreime, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Candyman, Michael Myers, Freddy Krüger und wie sie alle heißen. Willkommen zu einem Horror-Special-Thema. Filme, bei denen wir die Buchse voll hatten oder noch haben. Wir, das sind der gute schwäbische Spätzle-Man, Sam. Oh nein, jetzt habe ich noch einen Ohrwurm im Kopf, ey. Hallo. Und der Sven, hallo. Ja, Filme, bei denen wir die Buchse voll hatten oder haben. Kindheitstraumen, hier ist alles beliebt. Und ja, viele schlaflose Nächte. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist schön. Fangen wir doch mal mit einem meiner Favoriten. Und ich glaube, es ist auch dein Favorit an. Und zwar... Es ist tatsächlich mein Nemesis, genau. Und zwar Nightmare, mörderische Träume aus dem Jahr 1984. Unser Spätzle-Man hat schon gesagt, der könnte eigentlich auch Franzose sein, aber Wes Craven ist es, glaube ich, nicht gewesen und wird es auch nicht sein. Darsteller hätte man natürlich Heather Langenkamp, Johnny Depp und Robert England. Willst du die Inhaltsangabe machen oder traumatisiert es dich schon zu stark? Naja, ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber im Prinzip ist es einfach so, dass in einer fiktiven Stadt, ich glaube, die heißt Springwood in Ohio, die 15-jährige Tina Gray mit Albträumen geplagt wird und auch heimgesucht wird. Denn ein Mann mit Messerklingen an den Händen, beziehungsweise an seiner rechten Hand, besucht sie in ihren Träumen. Und die Eltern oder auch ihre, sagen wir mal, erwachsenen Umgebungen, die sagen, sie spinnt, das ist alles nur Einbildung, bis sie irgendwie, wie gesagt, das ist schon lange her, wo ich den gesehen habe, ich glaube, sie wird eingeliefert im Krankenhaus. Und, oder nee, in ein Schlaflabor war sie, in ein Schlaflabor. Und da wird dann, oder finden sie dann raus, dass doch ein bisschen mehr dran ist an dem, was sie erzählt und nicht nur irgendwelche Einbildungen. So könnte ich es mal kurz halten, diese Geschichte. Natürlich kommt da noch viel mehr drin vor. Tauschen wir noch die Namen schnell aus, aus Tina wird Nancy, weil Tina ist die, die er an der Decke entlang schlachtet. Ach, ach so. Die stirbt ja gleich am Anfang, das ist ja schon der erste, der erste coole Twist des Films. Okay, gut, ein paar kleine Funfacts. Es gibt natürlich zu Nightmare einen Haufen Zeug. Ich habe mir jetzt noch ein paar Sachen rausgeschrieben, dass sich hier Craven ließ sich inspirieren von einem Fall, in dem tatsächlich Jugendliche im Schlaf gestorben sind. Die auch zu ihren Eltern gemeint haben, wenn ich jetzt einschlafe, bin ich tot. Das hat er irgendwo aus der Zeitung raus. Aus eigenen Albträumen hat er sich dann halt auch noch inspirieren lassen, ebenso von einer Story, dass irgendwann mal ein Mann mit, also der schon diesen Schlapphut auf hatte mit Regenmantel irgendwie auch da, die neben seinem Zimmer so eine Gasse entlang ging, hat da vor sich hingefaselt. Er hat runtergeguckt, der Typ ist stehen geblieben und hat ihn angeguckt. Er hat sich versteckt und hat dann nach ein paar Minuten wieder hingelinzt und der Typ ist dann einfach immer noch da mit einem ziemlich abartigen Lächeln im Gesicht. Und ja, gut. Man muss dazu sagen, es war auch Johnny Depp's erster Filmauftritt. Genau. Das kann man noch dazu sagen. Und Wes Craven hat in einem anderen Film, wo ich den Titel jetzt nicht weiß auf die Schnelle, aber er hat im Hintergrund, war er der Hausmeister, hat den Boden aufgewischt in dem gleichen Outfit wie halt Freddy Krueger. Das kann ich auch noch dazu sagen. Ich weiß nicht, welcher war. Step, also wie heißt der auf Deutsch? Step? Der mit der Maske? Scream. Scream, genau. Ich glaube, es war Scream. Ja, in Scream sind ja einige Verweise drin. Das stimmt, ja. Das stimmt. Genau. Ja, gut. Dann willst du anfangen mit deinem Kindheitstrauma zu Freddy? Es ist echt ein Kindheitstrauma bei mir. Es war bei mir so, dass ich mit acht, neun Jahren, das ist ja so die Zeit, wo man das erste Mal bei einem Kumpel übernachtet. Das muss doch, es müsste mit acht Jahren gewesen sein, also 1990 oder so rum. Und habe da bei meinem besten Kumpel übernachtet, Marco Baldassare. Grüße gehen raus, du Arsch. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm, also von daher kann ich das hier droppen, ist alles gut. Genau, bei dem habe ich zum ersten Mal übernachtet gehabt und nachts kam ihm dann die Idee, damals gab es noch VHS und er hat schon einen eigenen VHS-Rekorder und einen eigenen Fernseher in seinem Zimmer gehabt. Und ihm kam halt nachts dann die Idee, mein Vater, der ist so filmbewandt, der hat alles mögliche auf Kassette. Komm, wir gucken uns einen Film an. So, er geht an das Regal von seinem Vater. Vater und Mutter natürlich schon geschlafen. Die haben davon nichts mitbekommen. Er zückt eine Kassette, schiebt sie bei sich rein und es war Nightmare on Elm Street. Der erste Teil. Ungeschnitten, muss ich dazu sagen. Also es war nicht die geschnittene Version, es war tatsächlich die ungeschnittene Version. Wir haben uns den Film angeschaut. Ich konnte in dieser Nacht nicht mehr schlafen. Als ich nach Hause gekommen bin, war ich total zerstört und verstört, also beides. Und tatsächlich musste meine Mutter ganze sechs Wochen lang mit mir unter die Dusche, weil ich mich nicht mehr getraut hatte, allein zu duschen. Es war grauenhaft. Ich habe Schlafstörungen gehabt, wochenlang. Also meine Mutter hat neben mir schlafen müssen. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Und es geht so weit, dass ich sogar heutzutage noch und ich bin stolze 39 Jahre dem Monat geworden, dass ich Horrorfilme, das ist alles kein Thema, ich kann Horrorfilme gucken, Splatterfilme, Saw, alles mögliche geht bei mir. Aber wenn ich in der Nacht beim Zeppen auf ein Nightmare on Elm Street Film klicke oder draufstoße, dass ich in dieser Nacht nicht mehr schlafen kann, es ist fertig. Ich muss nur diese Figur sehen, ist bei mir rum. So geht es mir auch mit dem Schauspieler Robert Inglund. Wir hatten es ja im Vorgespräch, das kann durchaus ein super sympathischer Mensch sein, der Schauspieler. Sobald ich dieses Gesicht von ihm sehe, ist es bei mir rum. Ich kann nicht mehr schlafen. Auch unbemaskt, also im Normalzustand. Auch ungeschminkt, ohne Maske. Ja, genau. Ist bei mir bis heute noch so, wenn ich diesen Mann sehe, habe ich panische Angst einzuschlafen. Es ist, wie gesagt, ein Kindheitstrauma. Das hat sich bei mir im Kopf fixiert. Ich kriege es auch nicht mehr raus. Und der Punkt ist, ich habe dann versucht, eine drastische Therapie zu machen und habe mir die Blu-Ray-Box gekauft mit allen Filmen. Und habe mir auch, ich muss dazu sagen, ich habe wirklich alle Teile gesehen. Auch hier, wo ein Krankenhaus in einer Psychiatrie bei einem diese Szenen rausreißt und mit dem praktisch so ein Kasperle-Theater macht. So ist es, so dieses Spieltheater. Aber es ist bis dato immer noch so, dass ich immer noch Angst habe vor dieser Figur, Filmfigur. Wobei mir jetzt auch viele schon gesagt haben, ich soll mir die Filme mehrmals angucken, dann merke ich, dass da mehr Witz als Horror dran ist. Ja, wollte ich gerade. Ich meine, der Erste, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt unterbreche, der Erste ist ja noch, da ist er ja abgrundtief böse und hat auch noch nicht ganz diesen Pop-Ikonen-Status und Pop-Ikonen-Humor, den er dann in den anderen Teilen gehabt hat. Ist es wirklich so, dass du nur den Ersten, also kannst du dir alle Teile nicht angucken oder ist es speziell der Erste? Es geht in dem Moment, wo die Figur Freddy Krueger auftaucht, ist rum. Es ist egal, ob es Teil 1 oder Teil 7 ist, das ist fertig. Also geht nicht. Also ich kann sie mir angucken, ich gucke sie mir durchaus komplett an, aber ich kann in der Nacht dann einfach nicht mehr schlafen. Manchmal sogar zwei Nächte, wo ich versuche, irgendwie mich abzulenken oder sowas. Weil bei mir im Hirn spielt sich dann zu viel ab. Das ist bei Horrorfilmen allgemein so, wenn ich einen Film gucke, der im Wald spielt, wo Holz knacksen und so, da kommen wir später noch drauf zu, auf einem anderen Film. So schnell hast du mich noch nie laufen sehen. Weil sich zu viel in meinem Kopf abspielt in dem Moment und so ist es halt auch bei Nightmare on Elm Street. Ein guter Freund, der auch bei uns hier im Podcast-Portfolio ist, der Boris, der hat es dann mal gut gemeint und hat mir zum Geburtstag den Neuverfilm, also das Remake geschenkt und hat gemeint, der ist gar nicht so schlimm. Da waren die Alten schlimmer, das soll ich doch mal anschauen. Der steht seitdem in meinem Regal und ist noch nicht angerührt. Also, wie gesagt, ich habe schon viele Horrorfilme geschaut, aber Nightmare ist so mein Nemesis. Da bin ich ausgetillt an dem Tag. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und noch ein Funfact, genau der gleiche Freund, der Boris, der ja wie gesagt bei uns hier im Podcast auch mitwirkt, der hat zu mir mal im Spaß gemeint, er stellt mir mal so einen Pappaufsteller vor die Tür, klingelt und haut ab. So, vielen Dank Boris. Da kannte ich aber, Gott sei Dank stelle ich nur einen Pappaufsteller hin und verkleidet sich nicht, das wäre viel krasser. Du stehst da und machst deine schwäbische Pizza und guckst raus und auf einmal läuft Freddy vorbei. Vorbei, das total Quatsch ist, weil Freddy Krueger, Elm Street, ich wohne gar nicht in einer Elm Street oder was sich ähnlich anhört, aber trotzdem panische Angst. Weißt du, wenn das so ein Horrorfilm ist, wo überall stattfinden kann, wo nicht beschränkt ist auf eine bestimmte Straße oder einen bestimmten Ort oder sowas, aber trotzdem habe ich den Favoritenakt. Wobei er im sechsten, glaube ich, sagt er, geht es nämlich auch genau darum, wir sind ja nicht in Springwood und dann sagt er irgendwie, es gibt überall eine Elm Street. Ja, ist richtig, aber bei uns im Ort nicht, aber trotzdem. Naja, soweit zu meiner Berührung mit Freddy Krueger, wie sieht es da bei dir denn aus? Bei mir war es ähnlich. Ich war auch, das war erste Klasse Grundschule, bei einem Kumpel zum Spielen und damals natürlich auch, das war halt der Kracher gerade in der Videothekenzeit, das war 85 rum. Und da hat er gesagt, ja gut, weißt du, hast Bock auf Film und ich denke, ne Film, geil. Und dann lag der halt da oben einfach drauf und das Einzige, was man gesehen hat, nicht freigegeben unter 18 Jahren. Und dann hat er einen Film reingeschoben und hat das Ding laufen lassen. Wir haben nicht ganz geguckt. Irgendwann haben wir ausgemacht. Ich glaube, das dürfte so die Hälfte locker gewesen sein. Und ich bin nach Hause und war auch sehr verstört und geschockt. Und dann war es so, dass an dem Tag, das weiß ich noch, dass auch Schwimmtraining war. Ich bin ins Schwimmen und haben die Bahn gezogen und ich habe immer nach unten geguckt, weil ich Schiss gehabt habe, dass der da unten rumschwimmt und mich holt. Verständlich. Also das kann ich voll nachvollziehen. Schlafen war dann auch, ich glaube auch bestimmt mehrere Wochen nix oder zumindest so wenig, dass das gar nicht. Ich bin wirklich in die Schule. Meine Mutter hat mich als angeguckt. Das ist auch was, das ist mir ewig im Gedächtnis geblieben. Die hast du überhaupt nicht gepennt. Ja, und einfach diese, das muss man, muss man Craven wirklich absolut zugutehalten. Dieses, das finde ich im Ersten halt wirklich brillant, diese Vermischung zwischen Realität, Schlaf. Du weißt nicht, ist es jetzt wirklich so, ist es jetzt nicht so. Und das macht dich als Kind halt noch fünfmal fertiger. Weil, ich meine, dir ist schon klar, dass du schlecht schläfst, aber der holt dich einfach im Traum und macht dich kalt. Ja, richtig. Wenn man halt an andere Horrorfilme oder so, wenn es um ein Monster geht, wo im Wald rumläuft und weißt du, okay, du kannst dich verstecken, du kannst dich wehren, aber im Traum ist halt ... Ja, richtig. Ja, und vor allen Dingen weißt du ja auch genau, ey, es kommt kein Monster im Wald. Also die, als Kind, selbst da sagst du ja noch, okay, hm, 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 ja. Gibt's ja jetzt nicht so wirklich. Aber im Traum kann dir ja alles passieren. Da können dir alle möglichen Gestalten rumrennen, die du dir einbildst und sonst was. Aber ich habe auch ewig gebraucht, wirklich, bis ich von diesem Trip wieder runterkam. Als dann die Nachfolgeteile kamen, die waren bei uns auch natürlich sehr begehrt. Und dann hieß es immer, ja, hier, guck, ich hab hier Freddy 4. Und dann hab ich gesagt, ey, Freddy, bin ich raus. Ey, alles andere, Tanz der Teufel, ist mir scheißegal. Das Kettensägen-Massaker ist mir auch egal. Aber nicht der Typ. Das geht nicht. Und es hat dann auch wirklich lang gedauert, bis ich mir dann die DVD-Box geholt hab. Und dann hab ich gesagt, so, und jetzt guckst du. Und ich fand ihn trotzdem noch verstörend. Und ich find auch noch diesen ersten Kill, der an Tina, wo er so die Decke langzieht, und den find ich immer noch heftig, weil das so abartig realistisch aussieht. Und jetzt nicht, dass er so an der Decke langzieht, aber so die ersten vier Krallendinger, als die ins Fleisch reinkommen, da läuft mir jetzt noch eiskalte Buckel runter. Also es ist wirklich so. Und ich find's auch cool, dass er da noch böse ist. Ich mag zwar auch den weiteren Freddy, aber, und das hatten wir das letzte grad, weil's um die, um Don't Breathe 2 geht, wo sich ja auch so ein paar Sachen ändern. Da ist, hier ist es im Endeffekt genauso, dass sie aus einem pädophilen Kindermörder eine Popfigur machen. Mhm, das ist wahr. Ja, also der Typ ist, hat Kinder umgebracht, ja, und sie im Ofen verbrannt und sonst was. Und der wird gefeiert wie ein Rockstar. Ja, genau, das ist, das ist ja die Hintergrundgeschichte von Freddy Krueger, die hatten wir ja noch ganz wirklich erwähnt. Und er hat in seinen Lebzeiten, weil in den Träumen ist er ja eigentlich, das ist ja nur sein, ich sag mal, Geist, in seinen Lebzeiten hat er ja 20 Kinder getötet. Und die rachsüchtigen Eltern haben ihn ja dann bei lebendigem Leibe verbrannt. Und jetzt als Rache, weil er verbrannt worden ist, kehrt er halt zurück in den Träumen bei den Kindern. Also, schwierig. Wie du schon sagst, bei so jemandem, der halt 20 Kinder auf dem Gewissen hat, dann den zu einer Popfigur zu machen. Ja, da finde ich es halt, im Gegensatz zu Jason oder jetzt, ja, Michael Myers, das sind ja Teens, ja, man kann trotzdem sagen, wir sind trotzdem Kinder. Aber ich finde halt, bei Kindern ist nochmal was anderes, klein und unschuldig und die Teens haben Sex und rauchen Gras, die haben es verdient. Nein, komm, das ist nicht. Weil du auch so schön unser Podcast hier eingeleitet hast, gerade dieses Lied, das beschert mir heute noch Gänsehaut. Und wenn dieses Ding, eins, zwei, Freddy kommt vorbei, oh, Alter, brrr, geht's mir grad. Aber ich, ja, auf keinen, auf jeden Fall, was, Entschuldigung, aber was ich dir auf jeden, was ich dir wirklich vielleicht empfehlen kann, um dein Trauma besser zu verarbeiten, ist, ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast, die Nightmare-Doku Never Sleep Again. Nein, die habe ich noch nicht gesehen. Die ist wirklich gut. Also sie ist nicht so gut wie die Friday-Doku, aber sie beleuchtet alle Teile, sie zeigt viel, sie zeigt viel Interaktion und auch viel mit den Kids und mit Robert England. Und die ist wirklich gut. Also die hat, die hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe vor noch nicht allzu langer Zeit einen Fancut von Nightmare gesehen mit den fehlenden Teilen, die sie rausgeschnitten haben. Wie zum Beispiel, als Johnny Depp ins Bett reingezogen wird. Das geht nämlich normalerweise noch weiter. Okay. Und zwar kommt diese Blutfontäne und danach kommt er nochmal raus. Ah, okay. Ja, die Qualität dieses Fancut ist natürlich unter Faner liefen, aber man kann sich die Sachen auch auf diversen Plattformen noch angucken. Für die Leute, die sagen, oh ja, cool, will ich mal reingucken, gibt's. Ja, hat mir auch gut gefallen, hat dem Ganzen noch ein bisschen mehr, noch mehr Schrecken verliehen teilweise, wo ich gedacht habe, oh, das hätte der eigentlich drin lassen können, das wäre nochmal cool gekommen. Aber ja, gut. Okay, also Doku Never Sleep Again ist notiert. Ja, die zweite, es gibt zwei Teile. Es gibt einmal Never Sleep Again und dann gibt's einmal nur von Heather Langenkamp. Die fand ich nicht so gut, aber ja, es gibt's glaube ich als Doppelpaar, kannst du mal gucken. Ja, okay, okay. Da schau ich mal. So, jetzt, bevor wir auf die Bewertung kommen, möchte ich noch eine kleine Geschichte zu Nightmare on Elm Street einführen. Und zwar hatte ich damals im Jugendalter, ich weiß gar nicht mehr, war ich 15, 16, eine Freundin, bei der ich übernachtet hatte und ihre, also wir hatten dann einen Film von dieser Nightmare, Nightmare Raya, jetzt verfalle ich schon, das amerikanische. Raya. Raya, ja. Haben wir uns dann angeschaut und ihr kam dann die glorreiche Idee nach dem Film, durchs Maisfeld mit Taschenlappen zu rennen nachts. Super Idee. Du weißt ganz genau, wer da Nein gesagt hat. Stimmt, ja, einfach ein noch, 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 noch größeres Schild kannst du dir gar nicht auf den Rücken pappen, holt mich. Ja, richtig. Wenn du noch 80, 20, 20. Zielscheibe. Zielscheibe, genau. Please kill me. Genau, ich bin alleine, ich habe tierische Angst. Kommen wir noch kurz zum, ja? Zur Bewertung wäre ich jetzt gekommen, aber was wolltest du? Also, noch ganz kurze Anmerkung, es gibt ein Remake, ich habe es gesehen, du hast es noch nicht gesehen, was ich erfahren habe. Ja, ich finde es grausig, ätzend und das einzig Positive, neben den absolut unsympathischen Hauptdarstellern, der Hauptdarstellerinnen und dem katastrophalen Drehbuch ist, ach Gott, wie heißt er, der Rorschach, Jackie Earl Hailey, genau. Der spielt ja diesmal Freddy und natürlich ist man mit Robert England da auch fest verwachsen und denkt, ach ja, ob das jetzt jemand anders da ist, weil er macht ja schon wirklich viel mit seiner Gestik und so. Aber ich finde, Hailey hat es wirklich gut gemacht, sie sind auf einem ganz guten Weg gewesen, weil er nicht mehr so seine Scherze getrieben hat, sondern auch wieder sehr bösartig war, aber halt ein miserables Drehbuch und den Rest rettet leider nicht seine doch gute Leistung. Ja, Boris hat mir damals gesagt gehabt, er ist gar nicht so wild wie die Originale, also man kann sich das durchaus anschauen, das ist vergleichbar mit Heutzutagigen, 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 glaube ich heißt es richtig. Heutzutätigen, ne, einfach heute angesiedelten Horrorfilmen zu vergleichen. Ja, der ist harmlos, da passiert nicht wirklich Grausiges, also ich finde den ersten von Nightmare, das ist immer noch der heftigste, in meinen Augen, aber gut. Was ich komisch finde, ist die Comics von Nightmare on Elm Street, die konnte ich mir anschauen, weil da ist halt nicht Robert England, also es ist dem Robert England nachempfunden in den Comics, aber es sieht halt nicht so echt, also es ist ein Comic, weißt du, und da ist, da wird es so ein bisschen verspielter oder sowas, das kann ich mir komischerweise angucken, aber die Filme gehen gar nicht, naja, egal. Okay, sollen wir zur Bewertung? Würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung, was vergeben wir? Ich würde sagen, das Ikonischste an ihm, oder? Ja, natürlich. Sein Messeranschuh. Ja, und da ist es jetzt komisch, mein Fazit, weil dennoch, obwohl ich so viel Angst vor dem Film habe, finde ich den von der Machart und von seinem Horror auch, es sagt ja schon aus, dass ich heutzutage immer noch Angst habe vor dem Film, dass er eigentlich, naja, nahezu perfekt ist als Horrorfilm. Und daher würde er von mir ganze vier von fünf Freddys Gedächtnishandschuhe kriegen. Ja, schließe ich mich komplett an. Ich habe auch vier Handschuhe aufgeschrieben, weil er einfach, super Thema, immer noch furchteinflößend, immer noch eklig. Natürlich sieht man heute ein paar Effekte, aber ansonsten ist es immer noch ein absoluter Topfilm. Du, das ist das Gleiche wie bei Tanz der Teufel. Früher war der beschlagnahmt und es gab's, also man kam an den Film so gut wie gar nicht ran. Und wenn du ihn heute anschaust, denkst du, was war daran schlimm? Ja, stimmt. Aber bei Nightmare, also schockt mich immer noch. Ja, richtig. Wem sagst du das? Okay. Gut, dann kommen wir von der einen Figur, die im, ja sag mal, popkulturellen Leben vorhanden ist, zur nächsten. Wir gehen zu Michael Myers, nämlich mit dem Film Halloween aus dem Jahre 1978. Hier hat John Carpenter die Regie geführt und mitgespielt hat unter anderem Jamie Lee Curtis, die kennt man, Donald, oh Gott, wie spricht man das aus, Pleasance? Pleasance, ja. Pleasance heißt es. Pleasance, genau, als Dr. Sam Loomis. Und war da noch jemand dabei, den man kennt heutzutage noch? Achso, wir müssen natürlich Nick Castle, der den Michael Myers damals gememt hat, natürlich erwähnen. Richtig. Ja, genau. Ja, und zur Handlung, willst du da kurz ein paar Wörter? Der gestörte Michael ersticht seine Schwester, wird dann natürlich in eine Irrenanstalt verfrachtet. Dort bricht er dann kurz vor Halloween aus, um in Haddonfield, Illinois, sein blutiges Werk zu vollenden. Ja, man muss dazu sagen, als Sechsjähriger ersticht er seine Schwester, die 17-jährige Judith. Und als 21-Jähriger kommt er wieder raus. Also es ist schon eine Zeit vergangen. Also es ist nicht, er kommt rein und Zweitagspieler kommt wieder raus. Also es vergeht schon eine gewisse Zeit. Ja. Ja, ja. Es ist Dippelschisserei, wie du immer sagst. Naja, das ist aber ein wichtiger Fakt. Ja, richtig. Ja, Halloween hat mir auch ein paar schlaflose Nächte beschert, muss ich zugeben. Wann hast du den denn das erste Mal gesehen? Ich glaube, da war ich in der dritten oder vierten Klasse. Ach doch, so früh? Auch doch, schon wieder so früh. Natürlich sollte man so früh solche Filme nicht schauen. Aber damals, ja, heutzutage ist es, glaube ich, auch nicht anders. Also, naja, ich hoffe es doch, aber egal. Ja, bei einem Bekannten war auch, ja, hier, krasse Film und so. Und erst dachte ich, alles klar, wenn du mir jetzt mit Freddy kommst, dann springe ich aber direkt aus dem Fenster. Und, naja, hier, Halloween, bla, bla, bla. Okay, ist das so brutal wie Freddy? Nee. Ist es was mit Räumen? Nee. Okay, gucken wir. Ja. Das Problem ist ja, dass das Böse dort, oder dass Michael ja auch am Tag auftaucht. Und auch wenn der Film jetzt keine Übergewaltspitzen hat und das Blut jetzt nicht hier literweise fließt und so weiter und so fort, ist es trotzdem immer noch ein super spannender Film gewesen. Und eine Szene ist, wenn Laurie telefoniert, guckt sie raus und zwischen den Wäscheständern unten steht Michael und startet sie auch an. Ja, ja. Das ist eine Szene, die ist mir ewig nachgegangen. Gut, ich habe jetzt bei dem Film nicht so viele Ängste entwickelt, weil ich den relativ spät gesehen hatte. Ich hatte Freitag den 13. und so wesentlich früher gesehen, auch Nightmare, das hatten wir gerade eben schon. Halloween ist mir tatsächlich das erste Mal begegnet, als ich, ich schätze, so 15 war. Und da war ich schon ein bisschen, sag ich mal, mehr abgehärtet. Was mich stört, beziehungsweise was mir an der Figur, oder ich ziehe es mal anders auf, wovor ich, ne Angst habe ich auch nicht, aber was ich halt krass finde bei der Figur ist, die ist ja eigentlich unzerstörbar. Man sieht es schön am Ende, wenn der Polizist, der, nee, der Doktor ist es, der Doktor auf ihn schießt. Und denkt, okay, jetzt ist alles vorbei und dann schaut der Doktor nochmal runter, weil er stürzt ja so ein Balkon oder so eine Anhöhe runter und liegt dann da auf dem Boden. Dann kümmert sich der Doktor ja um die Lori und als er dann nochmal nachschaut, ist er weg. Und das ist dann immer so ein Ding, wo, wo, wo man sich so denkt, boah, das ist eigentlich ein unzerstörbarer Charakter. Ja, und das ist halt so, wo ich immer denke, weißt du, wenn du jetzt so einen, ich weiß nicht, einen Mörder hast, wie bei Sieben oder sowas, den kannst du theoretisch umbringen und gut ist, dann ist es vorbei. Also auch, obwohl er so viele Morde gemacht hat, mal das abgesehen. Aber bei so Figuren, wie auch bei dir aus Freitag der 13., das sind dann immer so unzerstörbare Charaktere. Und dann denkt man sich halt immer, wie schafft man es, den zu besiegen, wenn er eigentlich unsterblich ist. Und das war immer so der Knackpunkt bei dieser Figur. Das ist ja so ähnlich wie mit Chucky. Chucky ist ja auch so ein Wesen, du siehst, wie diese Puppe verbrennt und dann gibt es doch einen zweiten Teil und er hat es irgendwie wieder geschafft. Ja, wobei ich zum Beispiel bei Freitag der 13. nie Schiss gehabt. Weder beim ersten, gut, dann später ging es ja auch nur drum, irgendwie halt Jason, der da durchs Bild wackelt, möglichst hat, seine Opfer zu holen. Und bei Michael hast du das ja eher, hast du das ja wirklich erst am Schluss. Ich meine, Loomis sagt zwar zwar oft genug hier, der Tod ist in ihre kleine Stadt gekommen, Sheriff. Aber ja, es ist halt, was ich auch so krass finde, ist, wenn es dann wirklich zur Sache geht und dann er rumläuft, die Leute ihn natürlich nicht als das wahrnehmen, was er ist, weil es ist ja Halloween. Und andere schreien und die halten das einfach für einen Scherz. Das ist auch eine Situation, die kann man sich persönlich selbst mit natürlich der entsprechenden Portion fahren, dass sie halt auch selbst vorstellen. Und was halt auch wirklich absolut der Hammer ist, ist der Soundtrack. Oh ja, richtig, der Soundtrack, der war zur damaligen Zeit und heutzutage, bahnbrechend würde ich jetzt nicht sagen, aber er war prägend. Das ist vielleicht ein besseres Wort, prägend, weil man verbindet einfach auch schon die Melodie, wenn die anfängt am Anfang vom Film, verbindet man sofort mit Halloween. Also das ist unfassbar. Und vor allen Dingen ist er halt auch so in Anführungsstrichen einfach, ne? Das hast du ja beim Weißen Hai genauso, das ist da, oder dieses ach, 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 hast du ja auch direkt alles klar chasen, ja? Genau, genau. Oder klar sagt er, gel, 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 um es jetzt beim Nerdfaktor zu bleiben. Aber ja, das ist, ne, das, also, er macht bei Halloween wirklich super viel, läuft da über die Musik und dass du ihn auch teilweise immer so im Hintergrund als mal siehst, auch unscharf. Aber er ist da, ne, er ist immer allgegenwärtig, er wartet einfach nur, wann er Bock hat, sich seine Opfer zu krallen. Also er spielt ja auch dann gern seine Spielchen und auch wenn ich ihn heute wieder sehe, ich persönlich, es gibt ja mehrere, es gibt ja auch da zwei, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob es mehr als zwei Fassungen gibt. Also ich kenne einmal diesen TV-Cut, der so ein bisschen länger geht und auch ihn in der Irrenanstalt zeigt, wie Loomis versucht, durch ihn, also zu ihm durchzudringen und halt den normalen Kino, die normale Kino-Fassung. Und ja, da kann ich mich schlecht entscheiden, was mir besser gefällt, weil ich es besser finde, dass sie Michael nach dem Angriff aufs, also nach dem Mord an seiner Schwester, ihn zwar kurz zeigen, aber dann auch nimmer, ja, dass du einfach, ja, dass einfach der Kopf anfängt zu arbeiten und deine Fantasie da noch ein bisschen mit reingeht. Tja, wie könnte der jetzt aussehen, ist der jetzt krass entstellt oder ach Gott und dadurch, dass du ihn nie wirklich siehst, also es ist die, das Gesicht, finde ich, gibt es das nochmal für mich so ein extra Horror-Touch. Ja, das stimmt. Ja, auch seine, seine übernatürlichen Kräfte, wo er hat, also er ist jetzt nicht, also er kann nicht fliegen wie Superman oder sowas, aber dass er Sachen zerbersten kann, wo man denkt, okay, das ist eigentlich stabil und er macht so, als wäre jetzt ein Zahnschauer, so klack, weg. Und das macht, das gibt dem Charakter noch so einen extra Touch, wo man denkt, oh, puh, gegen den anzutreten, schwierig. Ja, das stimmt. Aber auch die Morde, wo er begeht, wo, wie du schon sagst, er steht dann im Hintergrund, so ganz leicht verdeckt oder so leicht verschwommen oder sowas und dann auf einmal stranguliert er zum Beispiel ja die eine mit dem Telefonkabel und die Laurie, oder, oh Gott, Namen schon wieder, die meint, das wäre ein Halloween-Scherz und schon dann, also das ist schon richtig, weil es halt auch zu Halloween spielt und dann kann man sagen, ja, das ist nur ein Telefonscherz und so. Also, wenn es jetzt an jedem normalen Tag spielen würde, würde man vielleicht da mehr rein interpretieren, wenn man so jemanden wirken hört, also das so stranguliert, äh, gerade stranguliert wird, das hört, dann reagiert man anders als zu Halloween und das ist halt dann auch noch so ein Punkt, wo er mitspielt. Richtig, ja, das ist das, was ich ja vorhin auch gemeint habe, das fand ich schon, aber finde ich immer noch gut. Also, tatsächlich gucke ich mir die Filme auch gern an, aber ich habe halt jetzt so viel Angst wie vor Freddy, also kann sie mir angucken, ohne dass, dass ich jetzt zum Beispiel nachts nicht schlafen kann, das funktioniert bei dem Film, bei mir jetzt nicht. Nee, also bei mir funktioniert es jetzt auch nicht mehr, aber, also früher, ich habe da schon, also auch nicht so in Freddy-mäßig dran zu knabbern gehabt, aber der hat mir auch schon ein paar, ja, wenn du dann irgendwo mal alleine nach Hause läufst und es ist dann, ja, abends dunkel und dann denkst du, naja, stell dir mal vor, jetzt läufst du und vorne an der Ecke taucht dann. Ja, gerade wenn es, gerade wenn es dann so schummrig dunkel schon ist oder richtig dunkel und du hörst dann aus dem Hintergrund oder aus dem Hinterhof irgendwas schlürfen oder so, irgendwie ein Geräusch, ja, das ist ja das, was ich gemeint habe, da habe ich so Kopfkino und dann spielt bei mir das mit, ja, ja, gut, da gebe ich dir recht. Ja, das ist halt, ja, okay. Was, was ich noch sagen wollte, dieser Sam Loomis, der Charakter, der ist ja im Verlauf der, ich sage mal, des Franchises ja ziemlich oft zu sehen, ich glaube, der ist sogar bis Folge 6, glaube ich, dabei oder sogar 7, nee, ich glaube bis zum sechsten Teil. Bis zum sechsten, glaube ich, ja. Und außer dem dritten, gut, das müssen wir vielleicht noch anschneiden, der dritte Film, der hat ja mit der Reihe an sich nichts zu tun, außer dass er halt zu Halloween spielt. Richtig, ja. Also da kommt kein Michael Myers vor, da kommt kein Sam Loomis vor, Jamie Lee Curtis sowieso nicht und, ja, also im Prinzip könnte man den dritten auch rausstreichen und es funktioniert trotzdem weiterhin mit der Reihe. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon auf den nächsten, der wird ja eine Spur. Der kommt ja dieses Jahr noch, ne? Ja, soll. Aber er wird auf nächstes Jahr verschoben. Nee, ich glaube, es soll im Oktober kommen, aber, ja, ob das wirklich. Passend wäre es halt zu Halloween, ne? Ah ja, klar, wollten sie ja, aber ich hoffe jetzt halt wirklich, er hat eine 18er gekriegt und die ersten Trailer sahen schon heftig aus. Ich hoffe, dass er halt auch die Spannungsschraube wieder ein bisschen anziehen und nicht nur auf Gore-Kills gehen. Körte zu, aber ein bisschen Spannung wäre natürlich noch auch was Feines. Ja, das stimmt. Also ich bin auch auf jeden Fall gespannt auf den neuen Film. Jamie Lee Curtis spielt ja wieder mit und ich bin echt gespannt, in welche Richtung es diesmal geht. Ob das einen Abschluss findet oder ob das wieder was Neues aufmacht. Nee, nee, also nach dem Halloween-Kills kommt noch einer und dann ist die Straut-Story zu Ende. Okay, also der danach soll irgendwie Halloween Ends oder so. Genau, genau, genau. Habe ich schon gelesen, ja. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall, definitiv. So, sollen wir dann noch Bewertung für den Film rausgeben? Ja. Dann, diesmal darfst du anfangen. Ah, wir nehmen Küchenmesser. Ja, Küchenmesser klingt gut. Küchenmesser. Halloween kriegt von mir fürs Horror-Genre 4,0 Küchenmesser. Tatsächlich, auch wenn man sich das jetzt alles negativ bei mir angehört hat, jetzt bei der Besprechung, ich finde den Film eigentlich richtig gut. Hat mir auch Spaß gemacht und bin da tatsächlich auch bei 4 Küchenmesser. Mhm. So wie du. Ja, also ich liebe das Franchise. Ich gucke mir gerne den ersten Teil an. Wie gesagt, eigentlich alle Teile bis auf den dritten. Der macht mir irgendwie keinen Spaß. Ja, nee, dritte fand ich auch nicht. Ja. Nicht so tolle. Gut, kommen wir zum nächsten. Mhm. Okay. Okay. Als nächstes hätten wir den guten Poltergeist aus dem Jahre 82. Regie führte Tobey Hooper. Als Darsteller hätten wir Greg T. Nelson, Zelda Rubinstein, Jobbeth Williams. Ja, ein super Spielberg-Film, ohne dass Spielberg draufsteht. So als kleine Facts am Rande, viele wissen es bestimmt. Huber wurde ja von der Postproduktion ausgeschlossen und Spielberg übernahm. Und ich finde schon am Anfang merkt man, okay, das kommt einem alles sehr bekannt vor. Die Kamerafahrten, die Musikeinspielung, auch so der Aufbau von der Story, zu der wir gleich kommen. Aber es fühlt sich an wie ein Spielberg-Film und es ist auch ein Spielberg-Film. Also da finde ich, merke ich auf jeden Fall, dass der da ordentlich die Hand dran gehalten hat. Er war ja in der Produktion tätig und im Drehbuch, aber Regie selber hat er halt nicht geführt. Und das merkt man aber trotzdem, dass er halt damit gewirkt hat, wie du schon sagst, genau. Ja, ich denke, dass die wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel sie jetzt bei der Postproduktion da noch groß geändert haben, aber ich habe schon mehrfach auch gelesen, dass es da ordentlich, ordentlich dran ging, dass er da gesagt hat, das geht nicht, das müssen wir machen wir so, das machen wir so. Und da müssen sie sich wohl auch sehr verworfen haben. Aber wenn du dir jetzt wirklich mal so einen anderen Spielberg-Film neben dran legst, du siehst, die Musik ist gleich, die Kamerafahrt am Anfang, immer so dieses drüberfahren, so ein bisschen Überblick kriegen ist gleich, was er damals ja in den 80ern wirklich sehr oft gemacht hat. Und ja, das fühlt sich auch an wie ein Spielberg-Film. Also ob sie jetzt, ja, das, naja, egal. Ich komme mal schnell zum Inhalt, und zwar die Familie Freeling legt in Cuesta Verde in einer Fertigbausiedlung. Doch so langsam schleichen sich unerklärliche Phänomene in ihrem Alltag, bis es eskaliert. Ja, das ist schön kurz gehalten und schön zusammengefasst, richtig. Ja, gut, schieß los. Bei dem Film, das ist ähnlich wie mit Nightmare on Elm Street, also ich habe jetzt, also ich roll es mal von hinten auf, paranormale Filme sind nicht meins. So Sachen wie auch Paranormal Activity und sowas, wenn ich mir die anschaue, dann muss die Tür bei mir zu Hause sich nur kleinst bewegen, auch wenn es nur vom Windzug ist. Ich habe Panik. Also nicht Panik, aber ich habe die Buchse voll, sagen wir es so. Schwabe Amok. Genau, und so ist es hier halt auch bei Poltergeist. Der Film ist ja 1982 erschienen, da bin ich gerade mal geboren, also da habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, mit 12, 13 rum, habe ich mir den gegeben, habe mir den angeschaut. Und ja, es sind ein paar Szenen in dem Film, wo mir da Unbehagen beschert haben. Das hatten wir im Vorgespräch, hatte ich ja zum Beispiel den Baum im Garten, der gegen das Fenster klopft und dann den Sohn aus dem Zimmer, glaube ich. Wie gesagt, ich habe den Film Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich erzähle so gerade ein bisschen nur aus Erinnerung. Aber die Szene zum Beispiel, die hat mich sehr geprägt. Es ist zum Beispiel auch so, dass wenn ich nachts irgendwo anders übernachte und ich sehe nur den Schatten von einem Baum durchs Fenster strahlen, also an der Zimmerwand. Die Äste so bewegen. Okay, Freddy oder der Baum? Wer zieht die als erstes raus? Lass mich raten, du hast um euer Häuslein alles platt gemacht. Ja, natürlich. Nein, wir haben schon kleine Bäumchen, so Feigenbaum und sowas haben wir schon im Garten, aber so große Bäume? Nein, definitiv nicht. Es sind mehrere Szenen, wo mich geprägt haben, warum ich an so paranormale Filme keinen Gefallen finde, beziehungsweise ich kann sie schauen. Aber mein Hirn spielt mir dann halt immer so Streiche. Es ist zum Beispiel auch die Szene, wo die Kleine in diesen Kleiderschrank gezogen wird, wo ich dann immer, wenn ich irgendwo hingezogen bin, immer geguckt habe, ob das, das hört sich doof an, aber ob Einbauschränke da vorhanden sind. Dann war das keine Wohnung für mich. Da ziehe ich nicht an. Bitte? Ich habe gesagt, da ziehe ich nicht an. Hier schlafe ich nicht. Das kann ich direkt vergessen. Genau. Naja, aber komischerweise ist es bei dem Film so, dass ich da ein bisschen sensibilisiert bin im Gegensatz zum Freddy. Ich kann heutzutage, macht mir das jetzt nicht mehr so viel aus, wenn ich einen paranormalen Film schaue. So, klar habe ich meine Hirngespinste, aber das hebt den Tag vielleicht, bis ich schlafen gehe. Am nächsten Tag habe ich es vergessen. Aber der Film hat mich damals auch schon sehr, wie sagt man, gegruselt oder, sag mal, was hinterlassen bei mir. Auch das Gesicht, wie es im Spiegel sich auflöst. Das war heftig. Ja, bei mir war es wirklich so. Ich habe den auch eher später gesehen. Ich bin eher mit Hardcore eingestiegen und dachte dann, ach komm, wenn du älter bist, kannst du dir Poltergeist angucken. Aber, ich weiß nicht, er lief irgendwann einmal DZDF abends. Meine Eltern waren weg und ich dachte, hey, alles klar, Fernseh an. Habe mich davor gesetzt, habe mir den auch tatsächlich ganz angeguckt und habe dann aber beim ins Bett gehen, wir hatten keine Bäume vor der Tür. Das war nicht so das Problem, aber ich hatte immer Angst, dass dieser kleine fiese Clown kommt, unter meinem Bett seine Ärmchen ausfährt. Und wenn du dann dein Bein, ja, so beim Pennen halt so aus dem Bett raushängen lässt, dass sich da einfach das Ding drumwickelt und der dich unter das Bett zieht. Stimmt, das war ja auch in dem Film, ja, ja, richtig, jetzt wo du sagst. Also ich fand den Baum als Kind auch schon erschreckend, aber dadurch, dass wir jetzt keine so Bäume hier in der Stadt hatten vorne dran, aber halt Clowns. Und ich weiß, dass ich ein paar Tage später, also der Film hat mir jetzt zwar auch, ich hatte Einschlafprobleme, aber habe jetzt keine Panikattacken oder so gekriegt. Aber ich weiß, dass ich bei, ich glaube bei der Tante geschlafen habe dann und die hat Clowns gesammelt. Oh, 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 oh. Und ich durfte in dem Zimmer schlafen, wo auch die Clowns schlafen. Oh, fuck. Oh, da geht was. Ja, da schläfst du nämlich nicht, weil du denkst, alles klar, jetzt kommt nicht nur ein Clown, der dich kalt machen will, sondern eine ganze Armee von Clowns. Ja, ansonsten, ich gucke ihn immer wieder gern. Ich habe ihn auch schon sau oft gesehen. Er funktioniert heute immer noch, er sieht auch immer noch verdammt gut aus. Und diesen langsamen Aufbau, finde ich, der hat ein absolut geiles Pacing. Es steigert sich von lustig zu, jetzt ist es nimmer lustig. Und ganz klar, das Böse kommt aus dem Fernsehen, wenn es kriselt, war ja auch so ein leichter Hieb auf die damalige Zeit. Das kennen die heute. Wie sagt man, Sozialkritik. Ja, sonst, wie gesagt, ich mag ihn immer noch. Ich finde auch die Pool-Szene immer noch grandios, dass wenn das Gesicht zerfällt und halt auch diesen investigativen Mittelteil, wo dieses paranormale Team da auftaucht, um Rubenstein, das ist das, wo man so ein bisschen erfährt. Und da dachte ich, auch cool, und diese Ich-zieh-dich-durch-die-Decke-Szenen sehen heute auch immer noch gut aus. Ja, das stimmt. Ja, wo mir noch einfällt, weil du gerade Skelette gesagt hast, Skelette im Pool, das war auch so eine Szene, wo ich es heftig fand. Und auch als die Serke sich im Garten erhoben haben, das ist mir auch gerade wieder so beim Erzählen von dir wieder so hochgekommen. Das stimmt, das waren schon optisch und auch, sagen wir, Special Effects mäßig schon sehr gut gemacht. Ah, also stimmt. Und deswegen heutzutage immer noch sehr gut. Ja. Teilweise hat der Film aber auch in der Popkultur ja schon, soll ich Narben hinterlassen sagen, weil zum Beispiel das mit dem Fernsehen sieht man ja in The Ring auch nochmal ein bisschen höher getrieben, dass die Figur, der Bösewicht durch den Fernseher kommt, könnte daher stammen, dass man bei Poltergeist diesen rauschenden Fernseher gesehen hat und auch dieses Indianerfriedhof. Wir haben auf einen Indianerfriedhof gebaut, deswegen ist das Haus verflucht, das könnte auch hierher kommen. Obwohl, Friedhof der Kuscheltiere war ja auch irgendwas mit Indianerfriedhof, aber da hat das Haus, glaube ich, nicht auf dem Friedhof, sondern es war in der Nähe von dem Friedhof. Das war in der Nähe, genau, ja. Und die mussten ja die Tiere dort vergraben, mussten sie ja immer dorthin schleifen. Also wie gesagt, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen und ich habe dich ja extra noch vor dem Cast gefragt, sollte ich mir vielleicht für die Besprechung nochmal anschauen, wo du gemeint hast, nö, es reicht, wenn du aus der Erinnerung ein bisschen schwelgst und ein bisschen erzählst. Und muss aber sagen, jetzt habe ich doch irgendwie wieder Lust bekommen, doch mal wieder anzuschauen. Also, vielleicht werde ich die Tage nicht mal reinschauen. Ja, irgendwie, es ist halt schon, also, bei manchen Filmen sagt man, den habe ich das letzte Mal vor zwei, drei Jahren gesehen. Wenn ich mich zurückerinnere, ist es schon doch gute zehn Jahre, wo ich den das letzte Mal gesehen hatte. Also, ja, also, schon einige Zeit vergangen, als ich den das letzte Mal gesehen hatte. Also, gucken immer, immer im Doppel mit dem Zweiten, weil ich den Zweiten auch sehr, sehr mag. Und Reverend Cain, der dann immer rumläuft und sagt, Gott lebt in seinem heiligen Tempel, der hat mir als Jugendlicher auch Übelschiss gemacht. War der zweite Teil das in diesem Hochhaus? Nee, das ist der dritte. Oder war das der dritte? Das ist der dritte. Da ist er auch dabei, aber im Zweiten ist es einfach, ja, also, ich weiß noch, als ich den gesehen hatte, war ich dann auch bei meiner Oma über in den Sommerferien. Und die hatten so einen alten Dorfparre, der auch halt so in diesem Outfit ähnlich rumlief und halt auch nicht mehr der Jüngste war, vor dem habe ich übelst Angst gehabt. Ich habe mir schon vorgestellt, dass der mich dann in seinen heiligen Tempel entführt und dann bin ich fällig. Also immer, wenn der kam und hier die Oma dann sich mit dem unterhalten hat und dann halt immer, ja, das Engelchen ist da und blablabla und er, ja, wo ist das Engelchen? Da habe ich gedacht, Alter, fass mich bloß nicht an, du bist Reverend Cain, ich weiß es ganz genau. Ja, ich mag die Fortsetzung, also den zweiten zumindest, den dritten finde ich ziemlich panne. Ja, der wollte gerade sagen, der im Hochhaus, der war nix. Also, den hätte man durchaus weglassen können. Also, ich habe keinen weiteren Punkt, weil Poltergeist, wie gesagt, hatte ich die Szenen, wo mich so, das mit dem Klauen, das habe ich irgendwie total verdrängt, aber das stimmt, das kam ja auch aus dem Film, also krass, ja, ja, tatsächlich. Ah ja, und übers Remake, glaube ich, hast du das Remake gesehen? Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Okay, gut, ich auch nicht. Da wollen wir noch drüber reden. Nein, das können wir gleich. Was nehmen wir? Ja, wenn du schon so die Klauen-Geschichte erzählst, würde ich sagen, verteilen wir hier langärmige, langärmige, langärmige Klauen. Okay. Gut, ich muss sagen, ich fand den Film damals auf jeden Fall gruselig und es hat auch bleibende Szenen bei mir hinterlassen. Auch aus dem Grund habe ich natürlich vor paranormalen Filmen ein bisschen Schiss. Also jetzt nicht so wie bei Freddy, aber einen Tag brauche ich schon, um das dann zu verarbeiten. Aber ich finde nicht ganz so stark wie die zwei Filme, wo wir davor besprochen hatten. Deswegen würde ich jetzt hier dreieinhalb langärmige Clowns vergeben, ja. Hm, ja, bei mir ist es, es ist echt schwer. Ich schanke, also eine Vier kriegt er von mir auf, also vier langhändrische, langärmige Clowns kriegt er auf jeden Fall. Ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht fünf gebe, aber nee, ich bleibe bei vier. Okay. So, dann kommen wir zum Abschluss, der etwas strittisch streitbar sein könnte. Ja, wir kommen von dem Geistertum zum Hexentum, würde ich mal sagen. Denn wir reden über den Film The Blair Witch Project, der im Jahre 1999 erschienen ist. Und so 78 Minuten, glaube ich, ging da, so war eine anderthalb Stunde, war nicht so lang. Die Story ist eigentlich schnell abgetan. Wir sehen in diesem Film drei Studenten, die einen Doku-Film wollen über die Hexe von Blair, heißt es, glaube ich, ne? Mhm. Genau. Und die gehen dann halt in diesen Wald und man findet ein Jahr später Filmaufnahmen von diesen dreien dann wieder. Und darum geht es in diesem Film. So, jetzt meine Frage. Wann hast du denn erst mal diesen Film gesehen? Ich war tatsächlich im Kino. Ging mir ähnlich. Was heißt ähnlich? War auch im Kino. War jetzt nicht direkt am Erscheinungstag oder in der ersten Woche. Ich war, glaube ich, in der vierten Woche oder sowas in dem Film. Und die Sache ist die, damals war das Internet noch nicht so groß und so, sag mal, präsent wie heutzutage. Und es ging halt über Medien, also über Film, äh Quatsch, nicht Film, über Fernsehen und halt auch Zeitschriften. Ich habe ja damals die Kino, ach Gott, wie hieß die Kino? Er hat so eine Kinozeitschrift gelesen gehabt. Und da hieß es damals, das wären echte Aufnahmen, es wäre wirklich so passiert. Und also diese Maschinerie, wo hinten dran war, diese Werbemaschinerie, die hat halt da dem Film gut zugespielt. Ja, absolut. Und der Punkt, nach gewisser Zeit, ich glaube ein Jahr später, wusste man, dass das eigentlich nur gestellt war und in diesem Found-Footage-Pseudo-Art gefilmt worden ist, dass es auch aussieht, als wären es wirklich echte Aufnahmen. So, und das hat es mir dann ein bisschen zerstört. Weil in dem Moment, wo du denkst, okay, das sind echte Aufnahmen, wir sehen gerade wirklich drei Studenten, die gerade um ihr Leben durch den Wald rennen und nicht mehr rausfinden, hat mehr einen Impact, als wenn du dann erfährst, das ist eigentlich alles nur gestellt. Das hat gar nicht so stattgefunden. Ja, also ich muss sagen, ich habe die Fernsehwerbung immer gern verfolgt, ich habe auch verschiedene Zeitschriften gelesen, wo dann auch immer die Frage aufkam, ist das echt, ist das gestellt, weiß man nicht. Weil den Ort gibt es, das Waldgebiet gibt es natürlich hier. Ja, auch die Geschichte um die Hexe von Player, die gibt es ja auch, die besteht ja wirklich, diese Saga. Echt? Ich dachte, ich habe irgendwo das letzte gelesen, das wäre auch ein Fake gewesen, den sie dann so, aber immer so langsam implementiert haben, dass es irgendwann die Leute selbst geklaut haben. Siehst du, vielleicht erleuchtest du mich gerade und es, also ich war immer bisher der Meinung, dass diese, diese, diesen Mythos und diese Hexe von Player, dass es den wirklich gibt, aber halt, dass die das so breitgetreten haben und das gar nicht so schlimm ist wie, okay, gut, kann auch sein. Ja, und wie gesagt, also ich habe auch, ich habe das rege verfolgt und nachdem überall gesagt worden ist, ja, das, das muss man sehen und das wäre die neueste Horror und bliblablub und was weiß ich, dann dachte ich, okay. Und natürlich haben sie damit auch geworben, dass viele Leute aus dem Kino gegangen sind, nicht weil sie jetzt den Film schlecht fanden, sondern weil es zu viel war. Und bei uns kam auch, das war ein relativ kleines Kino, wo ich den gesehen habe, da kam auch der Betreiber rein und hat gesagt, Leute, da sind tatsächlich Leute raus, aber einfach, weil die Kameraführung halt nicht professionell ist. Dass viele Leute geklagt haben, sie hätten Kopfweh und mir wird schlecht, weil einfach dieses Gewackel teilweise wirklich überhand genommen hat. Ja, kenne ich tatsächlich auch Leute, die das nicht vertragen. Ja, ist genauso wie bei dem Film Clubberfield, da habe ich auch gelesen, dass viele aus dem Kino rausgegangen sind, weil diese verwackelte Kamera Übelkeit bei den Zuschauern hervorgerufen hat. Und ja, dadurch kann ich das, ich kann es schon verstehen, wenn man auch hier bei dem Film rausgeht, weil man, weil es einem übel wird. Das ist schon sehr wackelig, die ganze Geschichte. Ja, das stimmt. Und die Blair Witch Hexe gibt es nicht. Gibt es nicht? Nein. Okay, siehst du, wieder was gelernt. Ich dachte echt, das wäre so ein Urban Mythos. Ja, sie haben es, also was ich so noch als immer rausgelesen habe ist, und das macht den Film, also bei mir war es so, wir haben den, ich habe den mit einer Bekannten gesehen und wir wollten dann eine Woche später zelten gehen. Oh, okay. Gute Idee natürlich, ne? Wenn man sich so einen Film anguckt und danach dann sagt, hey geil, nächstes Wochenende gehen wir in den Wald zelten. Und es war wirklich so, dass es ja laut Angaben kaum Drehbuchangaben gab. Es wurde ganz viel improvisiert. Die haben ja auch nur tatsächlich immer weniger Essensrationen gekriegt, die sie irgendwo gefunden haben. Und immer weniger zu trinken, um diese Panik, dieses, wir finden hier nicht raus und irgendwas verfolgt uns, ja nochmal auf die Spitze zu treiben. Und ich finde, das merkt man. Okay, irgendwann fängt Heather an zu nerven. Das kann ich auch verstehen. Aber das andere... Es wurde ja auch die, Entschuldigung, dass ich unterbreche, diese Szene, wo es in dieser Kamera heult. Es wurde ja zum Beispiel auch bei Scary Movie auf die Schippe genommen. Nur, dass bei Scary Movie der Schauspielerin nicht Tränen aus den Augen läuft, sondern rotzt aus der Nase. Ja, aber ich finde, wer selbst mal wild gecampt hat und jetzt, ich rede nicht von irgendeinem angelegten Campingplatz, wo man sich dann noch da hier Strom irgendwo holt und man nachts in einem Zelt liegt und es außenrum verdammt dunkel ist und überall knackst und ächzt und irgendwelche Tiere durch den Wald stapfen, kann ich, ich konnte das so dermaßen nachvollziehen. Ich war wirklich in diesem Kino drin gehockt und hab gedacht, leck mich am Arsch. Ey, ich, wenn ich in den Wald gehe, brenne ich vorher ein Stück nieder. Ja, das ist... Boah, ich stehe da irgendwo rein. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Es ist ja teilweise heute so noch, wenn ich mit meiner Frau und Kiddies im Wald spazieren gehe und ich höre von Weitem irgendwo ein Holz knacksen. Renn da der Schwabe gleich. Da rennt der Schwabe, da rennt er, ja. Ja, aber ich hab, man hat komplett eine andere Stellung dann gleich. Also man läuft wesentlich angespannter dann durch den Wald als vorher, richtig. Was ich halt bei dem Film noch übelst fand, also da kann ich mich dran erinnern, damals im Kino, wenn sie in diesem Zelt liegen nachts und sie hören ein Baby geschreit. Boah. Boah. Das war übel. Das war richtig übel. Und das ist, finde ich, so bei dem Film ein absoluter Pluspunkt. Viele sagen, der ist überhaupt nicht gruselig und ich weiß gar nicht, was ihr habt. Aber da denke ich mir auch, ja, da fehlt dir die Fantasie oder du hast es einfach selber noch nicht erlebt, wenn du irgendwo in einem Zelt, in einem Waldstück bist, wo einfach die nächsten paar Kilometer kein Schwein ist, ja. Ja. Und dann fängt es an zu knacksen und dann, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, dann fängt an der Kopf zu arbeiten und die Fantasie kommt ins Spiel und das ist für mich Horror. Ja, ja. Nicht ein Freak, der mit einer Kettensäge durch ein Kloster rauscht. Ja, das ist dann zwar vielleicht auch unterhaltsam, aber es ist kein Horror. Ja, das stimmt. Kleiner Funfact, hast du gewusst, dass Igel, wenn die sich paaren, dass die genauso quietschen oder sich so anhören wie schreiende Babys? Nicht ernsthaft. Doch. Ich liebe, ich mochte, ich fand die eigentlich ziemlich süß, aber jetzt. Igel sind super süß, aber wenn die, also wir hatten es mal nachts bei uns im Garten, hat sich so ein Igelpaar gepaart, sag ich mal. Und wenn die anfangen zu quietschen, dann hört sich das an wie so ein Babygeschrei. So ein Weh. Boah, das ist genauso, wenn Katzen sich prügeln, das ist auch ein ziemlich übles Geräusch. Wenn die sich richtig dreschen, da weißt du auch nicht, okay, irgendwas schleicht bei uns ums Haus rum. Und dann denkst du, okay, gut, vielleicht doch Katzen. Aber, ich meine, gut, es gibt. Ich habe mich, ich weiß es halt, weil ich mich, als ich das gehört hatte mit diesen Igeln, ich habe mich rausgetraut in unseren Garten. Ich habe alle Lichter angemacht, wo es geht, wo es gibt. Bin dann raus und habe dann halt wirklich zwei Igel gesehen, die aufeinander saßen. Und in dem Moment, wo sie mich bemerken haben, sind sie halt auseinandergegangen. Und dann habe ich nachgeforscht, gegoogelt, wie man so heutzutage so schön sagt. Und habe dann rausgefunden, ja, die machen wirklich solche Geräusche. Das ist witzig. Gut, die haben ja dann Jahre später dann Blair Witch 2 rausgebracht, nur so kurz angestriffen. Der ja dann gar nicht mehr in diesen Found Footage Art war, sondern wirklich ein, ja, Blockbuster können wir es nicht nennen, aber halt ein richtiger Kinofilm. Und der hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß noch, ich bin aus dem Film rausgegangen. Also gerade, weil ich ja den ersten so fantastisch fand im Kino. Gerade, weil man noch nicht so viel Hintergrundwissen hatte. Der hat aber überhaupt nicht gewirkt. Ich bin rausgegangen aus dem Film und dachte so, ja, es ist halt ein Horrorfilm, der im Wald spielt. Ja, ja, ich fand ihn auch sehr, sehr langweilig. Das hat bei mir auch gar keinen Spaß gemacht. Was jeden, was aber, was mir aber Spaß gemacht hat, ist, wenn man so ein bisschen um Blair Witch halt rumliest, dass es ja auch ganz viele Fan-Mythen-Theorien gibt, dass es ja gar keine Hexe gab, sondern dass die beiden Studenten, die Herren Josh und Michael, dass die eigentlich Heather umbringen wollen. Und dass es alles nur gespielt war und weil, also es gab dann, gibt dann verschiedene Hinweise. Man sagt, ja, guck hier, wie er die Katte verloren hat. Er hat gesagt, er hat sie nicht verloren und er hat sie nicht gehabt. Und hier und da finde ich auch ganz interessant, dass die Leute sich da auch jetzt sogar noch Gedanken drüber machen. Aber, ja, also ich komme mit dem Hexen-Mythos ganz gut klar. Aber ich finde, ich lese mir so Sachen immer wieder gerne mal durch, weil ich denke, ah, guck mal da, da gibt es Leute, die haben noch mehr Einhandewaffel als du. Also, lieb gemeint natürlich. Ja, richtig. Ja, sonst Fortsetzungen, das Remake habe ich gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Das, es hat ein paar ganz nette Teile, aber es kommt absolut nicht ans Original ran. Also, man kann es das mal angucken, auch wenn es irgendwo für Ome sie ist, dann ja, aber. Ich habe tatsächlich das Videospiel gespielt, Blair Witch Project. Ah, oh. Und muss sagen, es kommt dem Film, außer dass man halt einen Hund bei sich hat, der Sachen erschnüffeln kann und so, kommt es dem Film schon ziemlich nah. Also, man hat, aber das ist bei Spielen wieder ein bisschen anders, die funktionieren anders da wie Filme. Dadurch, dass man halt dieses Headset auf hat, dieses 7.1, wie ich jetzt zum Beispiel, und man sitzt gebannt vor dem Bildschirm und dann kommt so eine Fratze entgegengesprungen, funktioniert das halt anders da, wie halt in so einem Film. Der ja anders Spannung aufbaut durch diese, was ist da draußen, wie funktioniert jetzt zum Beispiel der Zauber oder der Fluch der Hexe und so. Funktioniert halt ein Videospiel anders. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hatte ein paar Schockmomente, also ich hätte mir auch einen Eimer hier herstellen können. Aber nichts war schlimmer bisher wie Resident Evil 7 mit VR-Brille. Das war heftig bisher. Mein schlimmstes Horrorspiel. Gut, aber es ist ein anderes Thema. Bewertung? Oder hast du noch irgendwas? Nö, ich habe sonst nichts mehr. Bei der Bewertung bin ich ein bisschen strenger, würde ich sagen. Ich sage mal so, als ich ihn damals im Kino geschaut hatte und diese ganze Werbemaschinerie noch nicht so bewusst war oder wusste, hätte ich den höher bewertet. Jetzt, nachdem ich das Ganze weiß, dass es alles gefakt war und mir den Film jetzt schon mehrmals angeschaut habe, muss ich ihn leider ein bisschen abstufen. Ich würde sagen, wir vergeben diese Holzmännchen, wo da überall rum hängen im Wald. Diese, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Mannequins, Holzmännchen. Mannequins. Ich finde ihn immer noch durchschnittlich. Also ich finde, die Machart finde ich immer noch gut. Der Impact hat mich allerdings ein bisschen verlassen. Daher würde ich drei von fünf Mannequins von diesen Holzfigürchen vergeben. Ja, schließe ich mich auch an. Also ich habe die Internetwerbung, Webseiten und Clips und so weiter echt geliebt. Fand es richtig cool. Saugut gemacht. Riesen-Machinerie hinten dran. Aber es ist tatsächlich so, wenn du den ein paar Mal gesehen hast, dann verliert das alles so wirklich auch ein bisschen an Schrecken. Ja, für mich ist es immer noch einer der besten Found-Footage-Filme. Falls ihr noch weitere Tipps habt für gute Found-Footage-Filme, dürft ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde mich dann durcharbeiten. Aber ja, bei drei weiter komme ich auch nicht. Ich mag ihn immer noch, aber der hat leider mit der Zeit seinen kleinen Schrecken verloren. Ja, leider. Wobei ich noch sagen muss, bei so Hexen-Filmen und sowas geht bei mir jetzt nicht so der Stift wie bei paranormalen Filmen oder halt bei Freddy. Das muss ich jetzt noch dazufügen. Also ja, er hat so seinen Mindfuck-Moment dabei. Also gerade, wenn man so einen Film geschaut hat, danach in den Wald spazieren gehen, keine gute Idee. Der Schwabe mit Bärenflinte auf dem Rücken. Bei jedem Knacksen. Gleich schießen, erschießen, dann fragen. Was heißt hier Schrotflinte? Ich habe noch einen Katana dabei, ich habe fünf Jagdmesser, ich habe eine Schrotflinte, die schon durchgeladen ist und weiß ich alles. So Rambo ist ein Scheiß dagegen, wenn ich dann. Aber wir gehen doch nur in den Wald. Genau, Stichwort in den Wald. Da muss er sich bewaffnen. Richtig. Naja gut, ich würde sagen, wir kommen mal so langsam zum Schluss. Würde ich auch sagen, ja. Natürlich gibt es viele, viele weitere Horrorfilme, die natürlich geprägt haben. Es gibt natürlich auch Horrorfilme, die eigentlich eher ins Thema Splatter gehören, so wie Saw. Da fand ich zum Beispiel den ersten auch phänomenal. Aber so richtig, wo mir die Buch so voll macht, war der halt jetzt auch nicht. Nee. Aber natürlich gibt es durchaus noch Horrorfilme, die wir hier jetzt nicht angeschnitten haben, die auch eigentlich besprechungswürdig wären. Ich sage nur die Freitag der 13 Reihe, da gibt es auch viele Fans von. Ja. Aber wir haben uns jetzt auf die vier beschränkt, weil gerade Poltergeist und Freddy hat mich sehr geprägt. Und deswegen waren das so meine zwei Pics. Das stimmt. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Schreibt rein in die Kommentare, was eure Lieblings Kindertraumata-Filme sind. Und was man gegen Kindertrauma tun kann. Vielleicht auch rein in die Kommentare. Ja, als Therapiehilfe für den Schwaben. So ist das. Okay, dann sage ich von mir aus schon Tschüss und viel Spaß beim Gruseln. Und von mir auch. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammfisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.